Grüß Gott, mein Name ist Veronika Lindner. Was macht ein Unternehmen einzigartig? Es ist unser Miteinander. Es sind die Menschen, die uns zu dem machen, was wir sind. Ein bodenständiges, innovatives und kerngesundes Familienunternehmen. Bei uns packt jeder da an, wo seine Stärken liegen. Schon während der Ausbildung übernehmen unsere jungen Leute Verantwortung. Denn das gegenseitige Vertrauen ist unser Fundament und so kommen die besten Ideen und Lösungen direkt aus unseren Teams. Sei es bei der Projektabwicklung, der Umsetzung neuer Produktideen oder auch beim Aufbau von Geschäftsbereichen. Wir fördern gezielt Nachwuchs aus eigenen Reihen mit Ausbildungsmöglichkeiten in über 35 Berufen. Denn wir glauben an die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter. Viele unserer Führungskräfte sind im Weg von der Ausbildung bis in leitende Positionen gegangen. Unser Engagement für Zukunftsfairness zeigt sich aber auch in den Projekten neben dem Bau wie unserer Landluft. Ressourcen sinnvoll und respektvoll zu nutzen liegt uns am Herzen. Und so übertreffen wir in ganzjähriger Weidehaltung mit Weideschlachtung nicht nur die bekannten Tierwohlstandards, sondern wir produzieren dabei Biofleisch von höchster handwerklicher Qualität. Die Verpflichtung für Qualität und Zukunftsfairness durchzieht unser Tun, sei es im Bau, in unseren digitalen Lösungen, in der Gastronomie oder auch in der Landwirtschaft. Wir schließen den Kreis zwischen Tradition und Innovation, zwischen familiären Werten und zukunftsorientierten Handeln. Unsere Projekte wie unsere gemeinnützige Stiftung, die Landwirtschaft oder das zirkuläre Bauen sind ein Symbol unserer Verpflichtung gegenüber der Umwelt, unseren Mitarbeitern und der Gesellschaft. Bei Lindner bauen wir nicht nur Gebäude. Wir schaffen nachhaltige Werte für kommende Generationen. Gemeinsam gestalten wir eine Zukunft für kommende Generationen. Für eine Welt, die lebenswert bleibt.